So, herzlich willkommen zurück zu Spyro und ich bin schon kräftig hier aber dabei, die Sache hier fertig zu kriegen, den nehmen wir mal mit hier. Den brauchen wir ja noch hier. Und wir sind immer noch hier in der Kristallflugwelt, die mir nicht gefällt, weil die ein bisschen scheiße hier aufgebaut ist. Weil die sind alle Sachen hier wirklich quer durch, kreuz und quer. Nein, das gibt's doch nicht. Das ist doch nicht wahr. Das ist doch nicht wahr. Es lief doch so gut am Anfang. Jetzt habe ich den über... Jetzt habe ich den Penner nicht bekommen. Ich kann eigentlich gleich wieder neu starten, weil ich zwei Lügen nicht bekommen habe, die genau hinter mir flie... fahren. Der feine Herr springt doch immer irgendwie runter. Das gibt's doch echt. Okay, Leute. Willkommen in dem Part Kristallflug. Der wird da jetzt einen ganzen Part in Anspruch nehmen. Weil die ganze Zeit verkack ich wie ein Blöder. Das Gute ist ja, du verlierst dir keine Leben. Wenn du Leben verlieren würdest, das wäre die Oberaffen... krasse Frechheit überhaupt. So, warte. Zack, super. Hat er jetzt schafft. So, mir fehlt aber jetzt wieder einer. Der, den ich am Anfang übersehen habe. So. Mir fehlt dein Boot. Wieso fehlt mir ein Boot? Ach, der da vorne wieder. Äh. Und Kehrwendung! So, Spyro, jetzt hier. Komm, jetzt schon. Jetzt, 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 jetzt machen wir sie platt. Jetzt schaffen wir es aber hier. Es sah ja, es sah ja gut aus. Wir hätten es ja schaffen können. Aber nein, der feine Herr wollte ja... ... hier runterspringen. Wieder mal. So. Zack. Komm her, 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 komm noch her. Warum verbrennst du denn dich nicht? Danke. Wo sind die anderen? Wo sind die anderen? Ach da. Toll, jetzt bin ich... Nein! Nein! Wo ist der andere? Wo ist der andere? Der fliegt natürlich über mir. HAAAAA! Spyro, wir verschenken grad wieder... ... am besten an... ... an Zeit. So, jetzt wollen wir ja keine Kehrtwendung machen mehr. Das ist schon mal gut. Weil wir den einen ja hinten... ... weil wir den einen Bogen ja schon geholt haben. Oh. Da ist schon mit zwei. Halt! Du bleibst hier. Du bleibst hier, du bleibst hier, du bleibst hier. Äh... Der eine ist jetzt voll weit vorne und der andere ist sowieso ganz weit vorne. Jetzt kann ich erstmal keine Zeit mehr. Scheiß. Äh... Hallo! Äh... Was? 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 Äh... Äh... So... ... rüberfliegen. Ach, schaff ich doch wieder nicht. Weil der eine mir wieder mal entkommen ist. Mann! Das gibt's doch echt nicht. So schwer ist das Level hier nicht. Das ist sogar leichter als das erste. So. Äh... ... hintern verbrannt. Loben mitnehmen. Dahin. Spyro. Ich glaube, der andere ist wieder weg. Da. Da durchfliegen! Nein! Nein! Das ist anders. Anders, anders, anders. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm, 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 komm! So. So, jetzt hier. Komm schon. Zack. Zack. Nein! 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 Das... Ich hab doch gesagt, wir sind... Wir befinden uns jetzt hier im Part. Fly! Fly. Fly to the world. Hrgh. Ich hasse diese Welt. Ich hätte es ja beinahe geschafft Ich hätte heute kein Mathe machen dürfen Flieg hoch, du Du kleiner, lila, schwuler Drache Mit der schlechtsten Synchro aller Zeiten Also ganz ehrlich, ich sage es immer wieder Hier hat er die schlechteste Synchro aller Zeiten Die nicht zu ihm passt So, drehen, drehen Wo ist der Bogen? Da ist der Bogen Da ist die erste Kiste Da ist die zweite Kiste Da ist die dritte Kiste Wasserfall Komm her, du Scheißding Achso, die anderen fahren in andere Richtungen Komm her Kommst du Alter Du bist doch nicht Ey, guck dir das an Ich verbrenne dir die ganze Zeit den Arsch Dann schaffe ich doch wieder nicht Ah, Speiro, Mann So, wo sind die nächsten? So, zack Zack Und wir fehlen genau drei Nein, 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 nein Nein Bis gleich, Leute Ich mache das jetzt auf Screen Ich habe keinen Bock mehr die ganze Zeit Bis gleich Leute Endlich Es ist endlich geschafft Dieses Scheiß Level Das fegte Level Alter Es ist endlich geschafft Boah Leck, du mio, feto am Arsch Ey Nee Die Hälfte haben wir Endlich Ich hatte kein Ey, ich bin Leute Ich war wirklich Sehr Böse Bleidigend Und das alles Und das wollte ich nicht Dass ihr das hört Verdammtes Mistrattenviech Ja, so ungefähr war es So Und noch viel schlimmer war es gewesen Ey, die Welt hat mir vorhin meinen ganzen Nervig klaut Wirklich Ey, das war ja so schlimm Gerade Ey Nee Nee Das wollte ich euch nicht antun Wirklich nicht Ich bin gerade an der Welt vorbeigelaufen Hätte mich gefreut, wenn wir jetzt schon bei dem Zum Endbox hätten gehen können Aber Nein Wir müssen noch eine andere Scheißwelt machen Juhu Die Tree Drops Tree Drops Also Baumwipfel oder sowas Oh Nein Auf keiner lust auf die Welt Äh, die Scheiße Ist Mit Ureinwohnern hier Die so scheiße aussehen Aber wir haben es ja fast geschafft Das Spiel ist bald komplett Liebe Leute Ich freu mich Ich will nicht wissen, wie oft ich bei Nars Sieg noch Verknacke Verknacke Autsch Ich versorle ihn voll dem Arsch Und der macht einfach weiter so Ob es gar nicht wäre Äh 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 Ja Ich habe beide abgefackelt Ich habe beide den Arsch verbrannt Du Du Kleines Rattenviech Ja Klar Ist logisch Ist sowas von logisch Ist logisch Er mit dem Leben Ich habe Ich habe dir deine verdammten Beine abgefackelt Werkt ihr mich so leicht aggressiv Werde So Danke Das habe ich vorhin auch gemacht Beide den Arsch abgefackelt Ich treffe natürlich keinen Du Du Ey das ist ein Das ist ein Spiel ab Ab 0 Und ab 6 Und ich raste voll komplett aus Ich würde nicht erst wenn ich GTA zocke Oder sowas Nein das heißt jetzt nicht dass ich GTA zocke Aber Äh Wie sieht es denn erst dann aus Lyle Lyle Keine Ahnung Hallo Lyle Du Arsch Baumgipfel Ja ich weiß Aha Interessiert mich nicht Heistreck Du verdammter Lyle Hey So Anzünden Zünden Einsammeln Einsammeln Spyro Äh Sparks Was ist das da hin Wie komme ich da hin Ich wieder hin Wie komme ich da hin Ich weiß es nicht Wie komme ich da hin Sparks Zeig mir wie ich da hin komme Achso Vielleicht mit dem Supersprint Sammel Ey du musst alles einsammeln Dafür existierst du Um alles einzusammeln Na 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 schafft es der liebe Dache Natürlich nicht Was für ein klar Natürlich Natürlich schafft das nicht Du verdammt Arschloch So Darüber springen Das schaffst du Super duper Super duper happy So Anzünden Anzünden Den auch noch anzünden Ich sag den auch noch anzünden Ich hasse die Treetops Die Treetops So Was ist das Leben Die müssen hier nur rüberfliegen Und das alles Und das ist Scheiße Das ist so Scheiße Aber wir werden mit Leben zugefüllt Zugepumpt Besser gesagt Wir müssen hier auch wieder Voll viele Sammeln Und rüber Ja Wie manche denken Bestimmt jetzt Oh okay Hier ist vorbei Nein Hier ist noch nichts Links Nichts vorbei Wir kommen noch weiter Ich verbe gerade Wie meine Nase juckt Und das ist nicht gut Und jetzt müssen wir da rüber hin Na schafft es der liebe Drache Ja schafft es Der liebe Drache hat es geschafft Was für ein Wunder Ich bin gar nicht Ich bin nicht Nein 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 So Ruf da Sammeln Anzünden Kristall einsammeln Kristall einsammeln Wunderbar Klasse Super Lecker Mio Fetto Am Arsch So Jetzt müssen wir hier rüber Die Treetops Sind so Die Treetops Sind so Scheiße Was ist das hier alles Ja Oh nö Wo soll ich da hinlaufen Darüber oder was Oder da hinten hin Oh Gott So Dann da mal rein Wo bin ich denn jetzt Am Arsch Der Welt Wo ist mir überhaupt nichts Achso Ich bin sicher am Anfang Achso Ich bin am Anfang Autsch Verdammter Hurensohn Wegsköppel So ich muss also den Supersprint einmal bis Ende machen Ohne irgendwie anzuhalten Oder sonst was Ist hier noch irgendwas Nö Ich habe keine Lust Leute Wisst ihr das Diese Welt ist so Scheiße Und los geht's Was habe ich gesagt Die ist so scheiße Ja die ist so scheiße Die ist so verdammten kacke scheiße Ja du bist schlau Spyro Ich verliere meine letzten Leben Flieg Flieg Spyro Braver Drache So Zack Das ist keine Stimme mehr So Und du auch noch Und du auch noch Wie viel muss ich denn sammeln Ja lecko mio Fett am Arscho 500 Das ist nicht deren Ernst So Leute Ich würde sagen Wir machen wieder Schluss für heute Und ich sage Dankeschön Und auf Wiedersehen Schaut bald wieder rein Wenn etwas ausrastet ihr mögt Dann ist die Bühne frei Dann seid ihr mit dabei Die Schau muss weiter gehen Auf Wiedersehen Tschüss Tschüss Das ist auch Tschüss Dann ist die R頻道